die quest ärgerlicher zahltag nehmen wir jetzt an besiegt zartrax den ermächtiger wieder dahinter da oben drauf wahrscheinlich und soll ich euch was sagen das ist jetzt die elfte folge die ich am stück aufnehmen in der kleinen pause dazwischen vor ein zwei monaten hätte ich jetzt keinen bock mehr gehabt da hätte ich jetzt wahrscheinlich schon aufgehört hätte gesagt ja morgen mache ich noch mal sieben folgen oder so aber das ist wie ich bei der einen folge gesagt habe momentan macht ww wieder richtig spaß und das nur bei classic rausgekommen ist ich verstehe es nicht warum was nehmen wir denn da geht wieder krit weg wir nehmen mal das hier vielleicht wollen wir ja irgendwann mal heilen so hier haben wir alle quests fertig wir gehen wieder hier zurück hallo verwandeln dankeschön wir müssen hier noch zwei stück testen getestet zurück in die hütte wie sollen wir das nur bewältigen so weg macht von arz rot erhöht beenden hallo 5 prozent also fünf stufen mehr fünf stufen mehr fünf stufen mehr fünf stufen mehr sehr schön die brut vergiften verwendet das gleiche mit vergifteten mojo um fünf der gezimten der gezimten kriegsbrut zu vergiften zeichen der fledermaus holt die talisman von den bluthexen war scherer jalo und zu angie in salama passt mal auf euch auf ich brauche euch noch ich habe doch bewältigen an genau ich vor den bluttreuen und eine bonus quest bleibst du hier drecksvieh drei prozent einer also ich hoffe mal diese töpfe hier sie bringen richtig prozent drei prozent pro kill ist unverschämt sechs prozent ne fünf prozent ist genauso schlimm sechs prozent gut 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 bitteschön gut bist du jetzt vergiftet höre auf höre auf ich habe so erstes platz zweite ist scheinbar hier oben wobei ich da erstmal hier ledermäuse vergiften möchte es tut mir leid nicht wirklich ich brauche ein aber 4000 ep pro kill von denen hier es hat schon was du stirbst jetzt und du stirbst jetzt und dann haben wir hier schon großteil weg das kannst du abhaken mit dem blut saugen ist doch keine mücke das ist der flieger raus so einmal hier rüber 52 prozent wie viel bringen diese komischen blut crocs auch nur drei prozent auch nur drei prozent vor dem blut und auch für einen Ja, viel fehlt nicht mehr. Sag mal, hier können wir jetzt noch ein paar Prozent holen. So, das Ding hier noch, eins brauchen wir dann noch, wenn wir rauskommen, aber zuerst müssen wir den letzten Talisman holen. So, das mit dem Blut saugen kannst du direkt abhaken, Freundchen. So, hier ist auch eine Kiste. Ähm, nein. Naja, da mal die letzten drei Prozent hier mit. Abgeschlossen, sehr schön. Und hier zurück. Na, nee. Äh, beenden. Was nehmen wir denn hier? Das tauschen wir gegen den 245er aus. Okay. Hirek, der Fledermaus-Lower. Stellt Hirek mithilfe von Joe Shunga. Pass mal auf euch auf. Ich brauche euch noch. Meine Diener. Lasst ab. Ihr Heft. Ihr Freifler tretet vor. Und seht eurem Ende ins Auge. Eure Blut. Wie sollt ihr das nur gewendigen? Spiegel. Großer Hirek. Wir flehen um Gnade. Oh, Mächtiger. Verschont uns. Gnade? Dummes Insekt. Wir werden euch und ganz Suldazar auslöschen. Aha. Na gut. Jetzt Champion! Denkt ihr, wer ich war? Was ist das für ein Gisk? Was habt ihr mir angetan? Also wir müssen jetzt die ganze Zeit hier das anklicken. Die Macht meines Meisters durchströmt mich. Sie wird mich von eurem Toxin läutern. Genug! Ich werde mich an eurem gebrochenen Leib. Ihr seid stark. Aber keiner hält der Macht eines Luatsstands. Hehe. Runter! Da kommt Hirek! Nach all euren Heldentaten. Endet ihr Tod in meiner Höhe. Ich labe mich an euch. Wenn ich wieder bei Kräften bin. Okay. Ich hasse Blutrot. Der denkt, wir sind Matsch. Wir brauchen... einen neuen Plan. Tod eines Loas. Besiegt Hirek den Loa der Fledermäuse. Und wir bekommen Zeug, was wir wieder nicht brauchen. Kommt, dreht ihr weiter! Ich werde schon wieder... Ich brauche... Ich brauche nur Zeit. Ich muss... Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir warten, bis das Vieh wiederkommt. Oh, Mann. Das Leder packen wir hier. Ja, wir haben ja momentan Zeit. Das Ding kommt hier hinten rein. Das behalten wir erst mal. Das haben wir schon ausgetauscht. Und der Rest ist alles zum Verkaufen. Okay. Mal ein bisschen anders hinsetzen. Oh, Balle. Also, Hirek, der Fledermaus, Loa, wird uns auf keinen Fall helfen. So viel steht jetzt schon mal fest. Immer noch 118.000. Ich lebe mich an eurem Fleisch. Und reiche eure Zähne, meine Meistergarde. Geht in Deckung. Und nun darf ich wieder raus? Wer es glaubt, wird sich... Wir werden euch jagen, euch foltern. Euer Blut ist unser. Ihr könnt nicht aufhalten, was kommt. Keine Hoffnung für Sulda Saar. Keine Hoffnung für euch. Gahun kommt. Gahun erwacht. Also, die Maske sieht schon geil aus, oder? Nimm mal das. Achso. Nimm mal die Maske. Rauf und immer weiter. Kehrt zu den Ruinen von Sobald zurück und erzählt Hexendoktor Kejabu, was geschehen ist. Hütet euch vor dem Blut-Troll. Gut. Äh... Das müsste dann... Kovabunga? Nö. Ausbluten der Blut-Trolle. Keine Ahnung, welcher Quest-Strang das jetzt war. Wir werden es gleich sehen. Wen haben die denn da? Ihr seid noch am Leben. Kein Problem. Ihr habt was gemacht? Ihr könnt doch nicht... Ihr dürft keine Loa umbringen. Doch. Was wollt ihr? Beendet. Schwester Incognito war das. Okay. Talanji ist jetzt auch hier angekommen. Äh... Wir machen morgen weiter. Wir machen morgen weiter.